So kann man das ganz gut erkennen. Zwei große Babys, bestimmt von der ersten Deckung und die beiden kleinen Babys sind bestimmt von der fünften Deckung und darum sind sie halt auch so klein. Aber das Mäuschen hier ist wirklich recht mobil, sucht die Zitze auch schon, alleine. Aber das habe ich von dem anderen Baby auch gedacht. Und er ist auch, er ist ein wenig schwerer als die Püppi, sieht man auch, aber eben auch nicht so groß wie die anderen beiden. Sollte nicht sein. Sollte ich noch mal ein Gesicht bekommen, schläft ja nur so schön. Du bist der Fratz. Ja komm. Zack. der hat noch hunger da wollen wir wieder anlegen und das ist die kleine maus die hängt auch so schön, die will ich jetzt nicht abnehmen, dann nutzt sie ab komm ihr kleine süße, gleich wieder ran, jeden gramm brauchst du, ne, jedes gramm man hört immer richtig schnaufen, ne, die ist weg schnaufen Vielen Dank.